immer also mal geritten bitte danke vielleicht ist in welchen zog ich gerade bin nach dem nächsten genau richtig bekackten orten sind die zurück ist da oben rechts keiner naja jetzt ja jetzt noch keiner hat noch keiner aufgetaucht era drache dunkles im moskau ins reich einer als ganz oben links diebe natürlich ein urteil mit kajas reich verzweifeln dass du siehst will aus beziehen als reich und befreie es bei lefs reich kinder der gottinnen tötet machst du mir ernsthaft er gibt mir jetzt diebe mit s rang waffen na man kann mich treffen weil er passieren ab mal weg werden mal kreuen anderen naja ich kann ja nicht den er kann ich machen also ich hier auch geben wenn sich die ganzen fliegenden einheiten wir werden das ist mir ein bisschen zu viel naja ich komme da nicht raus was in ordnung 47 ja nicht ob das ausreichen wird daher haben wir ihn ja es machen wir ihn in 씨가 aber einfach so wir müssen einen schmaler weg haben kann man auch glück schaden hasch ja genau das ist ja vogel naja jaten vogel mein piep manz 40 let's go wir schwächen er hat ich weiß es war kann wie sie erledigen können hoffentlich ich werde ich aber noch erledigt kriegen jetzt gar nicht auf den siegel da drauf oh mein gott jetzt gar nicht auf das ding darauf wir haben eigentlich aus ansturm einsetzen ich muss ich da auswählen sonst stirbst du nämlich ich glaube sie bin also nicht zeig voll doof gewesen gerade ich kann sowieso auf dem fort zugreifen wenn jemand neben ihnen steht jetzt zieht sich gerade so da bringt er denn überhaupt gegen den zu kämpfen da hat man jetzt mal einen feiern tue jetzt nicht leute spawnen im nächsten zog langsam habe ich genug oder sogar ich gemacht danke jetzt nicht gedacht urteil eine göttin die eine hartspotter menschheit sprach genau kann ich einfach den er machen warum sollte ich jemals vertragen die pressen der truhr waren so viel stärker wo ist hier noch mal den er sehr wohl also okay ich bin vollkommen ja doch habe ich besiegt unmöglich aber so eine geile szenen weil dieses blau flammschwert hier bekommen hat dann wortwörtlich eine göttin erledigt hat kampf dort so lange in der ganze woche mal schlimmere einheiten sorgt für wozu wähle da sie kann jederzeit halten also wirklich aber irgendwie gar keine zeit hier irgendjemand zu machen im sinne von schaden also im sinne von weil es nicht so emblem und sohn einfach hier alle einfach so viel die ganze zeit los ich habe keine zeit in wir nachzudenken so richtig sind sie davon aber mache ich jetzt nächstes nicht jetzt hier ist ja in reichweite aber Ich komme, ja Ich komme, ja Ich komme, ja nur noch ein pflege vielleicht ein pflege mitnehmen aber ich habe noch ein kreuzreich ich hatte ich wusste ja lebe siegenden erholung von sonst sehr cool ich bin zu sehen war 31 aber irgendwann hören die in forst mit auf was gleich welche machen sollte mit dem ziel manchmal zu ziehen nachkomme ich mich dran ich muss erwarten da habe ich mir jetzt kommen sie erreicht immer noch nicht ja ich dann immer noch nicht also ich habe extra dings eingepackt haben schon mal ich glaube ich muss zum ersten mal hat okay da war wenn das hat einfach nur weil ihren weg blockiert dafür diese verstärkungsdruck sind echt nicht notwendig weiß ich wiederhole mich aber mein gott sind so viele ich habe nichts da kommen auch immer fliegende einheiten noch ich komme ja nicht mehr raus wie gesagt er ist natürlich der aller schlimmste wegen ihm ist das ja unmöglich mit dem fliegenden einheiten können sie ruhig mal aufhören irgendwann aber wenn du damit treffen würdest aufgedankt das ist nicht ein panzerbrecher das ist oder was aber nur kriegt warum macht sie nichts an krebs irgendwas außer ehren mal bei ihnen da jetzt habe ich ihn da voll fangen weit aber ich in schaden zurück voller wahrscheinlich einsetzen ja naja noch mal im plan einmal ja ausnahmsweise mal wieder tanzen ich will mal ein bisschen was kannte ja ich nicht so glaub auf eine gute idee war ich kann den so einfach erledigen ich kann den so einfach erledigen einsetzen gorgeous ich habe eine gute idee ist ja na haben wir mal raus sind sowieso genug kämpfe da bringt hatte jetzt um ja und habe alles heraus damit perfekt sie kann sogar gut damit treffen sich ja rein kornkorn kreuen nächsten so dann auch nicht weg okay aber wir müssen gar nicht tanzen naja ich glaube wir müssen gar nicht schaffen hat er so siehe aber vielleicht will ich doch tanzen einfach mit die schnelle hochkommen da macht man beim nächsten mal dann naja niemand in gefahr ich glaube nicht mit sicherlich haben wir dich immer mal hoch ja ich habe für wir kommen ja gut voran gerade ja okay was meine bildet sich weiß er war angekündigt letztes mal auch nicht näher ja der papier habe ich mir ja vorher arbeiten warum kommen da immer noch welche ich habe den nur erledigt entschuldige was was er errichtet werden kreuzreich machen weil ich platt er ist noch mal der brachter feld habe ich nicht so weit gespielt im dritten partie komplett gespielt weil ich seit dieser komische drache den der vater von korn ja angebeten hat warum bin ich aber nun der der leiden warum bin ich der der alleine sterben soll fragen über fragen ja ja dafür ich komme aber ja sehr viel besser voran als anderen ja ich war wie langsam aber sicher wir alle unsere charakter auf level 20 bringen so wenn er mal da bei lab habe ich habe es gab es ist nicht hier unten oder da muss man so da oben von da aus eingehen sagen muss sie da kommen jetzt auch gar keine weibern mehr mitte wie dich nicht mal da oben ja seid ihr achten sagt diese heiligen retter feuerland doch kommen ach jetzt habe ich schon wieder nicht ich sehe hat mir richtig dann verschmilzt mit diesen ganzen anderen blöden ding an die ja in den ganzen anderen roten farben naja da ist nicht gut gerade man muss es so annehmen er ist tot was er weicht aus sie wird natürlich weggehauen von 28 28 mit sie hat überleben so ein schlag gott ein schlag kurz überleben warte sieht ein reichweite okay ja das war es für diese runde aber er wird ja nicht erwartet er wird ja gar nicht die angreifen weil er diesen blöden angriff hier einsetzen stimmt er wird gar nicht angreifen naja vielleicht wird da wird alter schaden hat ist überlebt man ist man sich hat nichts gemacht und jetzt von da kommen wo mein großen boden hier mehr kann es mir gar nicht aber mir gehen die einheit mehr aus wir sind tot obwohl wir schauen naja kann so viel ist grad schiefgehen aber den massen dann kannst du nicht nur normal hat er ist doch schon fast voll machen halt sehen jetzt noch mal hoch das ist jetzt soweit von nicht fair naja ja okay jetzt kurz ist gut jetzt scheint auch ehrlich gesagt nicht mehr so zu sein als würden fliegende einheiten noch sparen jetzt bewegen wir dich mal hier in natürlich getroffen wie es mal irgendjemand mehr ich weiß nicht ob es das irgendwie bringt aber das lab ist ein gleich weiter sie wird ja wohl aushalten naja naja nochmal jetzt scheint aber nur noch diese biecher hier aufzutaufen von den gegnern da naja naja ich mache ja nix daneben voll und ich weiß nicht runter level sieht so ein bisschen aus wie hier was übrig geblieben ist hier von diesem turnier von dragon ball super wo es hier um das schicksal aller universum ging an das erinnert mich statt aber wenn du kippen willst das wäre super gut so kann ich mir in der magischen land zu kennen aber nicht mit dem magischen schwert wenn ich vor rum wäre mit knapp ja 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 schon die ganze zeit irgendwie geplanten schnitt zu machen wir dann ne euch hat hier schon so lange dauert ne wenn wir einen anderen tag weitermache weil das ist jetzt ich bin jetzt hier seit 4 5 stunden dran nicht sagen wir denn damit da und kriegs haben wir sehen dann damit auch noch stärker 6 cool sehr wenn wir euch hier noch mal bei lab nah bei leff ist dahinten mit ich könnte ihren stab geben die meist man da oben wenn die gegner sind ja komischerweise nicht so heftig finde ich sie kann sie erledigen hast du nur war cool also jetzt nur noch die gegner übrig sind damit hat ja hoffentlich irgendwann jetzt zu ende sein ist ja schon wieder hier oben rechts werde ich gerade ich habe mir treffe mich ja du hast du wir im töter ja das erwarte ich nehme der thema reich an die weiß man hat gebrauchen kann ja ich hoffe wir sind mit fertig mit den verstärkungsruppen was auch von den einen typen wir okay nämlich dieser level 20 aber ich habe den kampf was von griffen das kommt natürlich oder ja dann irgendwie davon ab wo ich mich befinde auf der map oder was kann ich nicht seine thema so bekacktes timing naja richtig erledigen ja ja ich war eigentlich da mit links in leben mit lapis war ich nicht so tanzen mäßig ich wollte mit ihr doch ja ich habe zu wenig stablitzer also ich mich darum wieder mit so ein paar drachen leute umklappen das wenn du dich das ist ja immer die gleichen ich werde er sie alle anlocken auch ein er ich schaue noch mache und sie auch noch bekämpfen nein das habe ich im bündnis aktiviert und ersterbte ja man geht auch nach links jetzt muss ich tanzen weißt du alles sehe ich gerade nicht mit schief gehen aber wie viel schaden machst du okay und ob es natürlich beliebt oder net da habe ich sagte mit der kaputt aber noch weg gescheuert das ist ein schwer cool immer mal den hier reifen habe ich auch noch überreiten so und mir noch kann schon kommt ja auch mit von der partie ja endlich mal tanzen und jetzt das ganze noch mal wenn wir mal in der runde okay aber das doppelt sagen ich habe in dem muss man sagen da hat weder mich dafür aber den dann muss man so erst mal das machen aber wenn das jetzt bei einem neuen und zehn werden werden jetzt elektronen effektiv ging du wirst mich auch nicht genug hochwaffen ihr werdet ein spieler überleben so als die situation ja wasser wasser man es hat jetzt ziemlich vereinfachen einer der bis 20 ja warum wir zu händigkeit nach momente plus das kb cool probleme ist ich kann den längst ohne herangehen so ich habe jetzt gerufen von daher muss ich ja da einsetzen ich kann allerdings abschließen du machst mich wahrscheinlich fertig damit nämlich das doppelt weiß ich zwar doppeln aber nicht töten ich krieg sie noch nicht mal da und hier durch eigentlich immer mein gott bin ich woher ich ding sein gesetzt habe ich bin gar nicht da und hey okay ich muss gleich noch mal ein schnitt mann lange habe ich jetzt nicht geplant zu spielen und ich ja gleich zum ersten mal irgendwie von der schnellspeicherfunktion ja ich habe auch machen wo man dann hier sozusagen so ein bookmark macht und spiel ich habe ich kaputt das machtlos schwach unbedeutend ihr seid wie immer gott von allen leuten warum kommt da immer noch leute also ich muss links einbringen ich muss mal ganz kurz und das hat noch mal dann starb dahin wenn die nachbarn verbinden auf ein anderes bett portiert aber ausprobieren aber wenn ich reichen das hat gibt es jetzt nicht aber also du bist jetzt eine macht den fertig im der befreier ist dass der miss ist dieser bandit mit dem besten thema überhaupt oder war hat hier seyros sämtweise dinge ich habe ja einen namen vergessen wir haben nicht ein schwächiger zu feiern mich um diese meute anzugreifen ja das klingt wie es ist der bandit die göttin erledigt hat da kann man alle erledigt was jetzt ist noch irgendwas im sinne von ordo ist alle erledigt jetzt geht es ran an den speckern wird da geht er jetzt immer immer weiter aber wenn man jetzt noch den zug jetzt zu ende und da mache ich wieder einen schnitt weil ich habe ja ich habe fünf stunden angefangen ja aufzunehmen dann würde ich ja mal fertig werden so bleibt er jetzt hier ohne schild oder nicht genau wie hat jetzt abläuft ihre treffsicherheiten die bringt mich hier noch seitdem ich noch nicht umgebracht hat er sei eigentlich nur noch eher üblich wahrscheinlich die unendlichen überstärkungsgruppen die eben auch immer und eben mal wieder kommen hat er irgendwie angekündigt hat er im nächsten zug macht er gleich mit wählern nehmen werde ich gerade diskutiert geht nicht der verteidigung aller gut gezahlt also bitte markt hätten wir sehen wir brechen wir müssen uns das ist ein reichweite von dann kann man aber ruhig mit dem links aufwärts nehmen wir stärken und dann können wir ruhig hier fertig werden ja ich würde sagen wir gehen jetzt da rein so alfred kannst du die beiden ablenken aber jetzt sind meine doppelgänger weg ja und ganz vergessen oh mein gott 21 prozent jetzt schon mal so viel schaden noch einmal ich gerade vorhin gar nichts an schaden bekommen ja genau oh mein gott ja geht ja schon fünf stunden so ich kann nicht die ganze zeit auf höchst vor mir achten ok keine verstärkungen so ich würde sagen ich mache jetzt hier einen schnitt weil mein gott ich muss ja mal pause machen so wenn ich jetzt hier speichern machen man kann im kampf speichern seit man dachte ja was ich mache werde ich werde ich werde ihnen hier machen den ja und dann beim nächsten mal also gut an der switch man kann einfach hier so machen und dann nimm stamp my bonus packen das heißt ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen jetzt zurückkommen und das noch mal machen weil mein gott dauert hier schon so eine ganze weise und ja dann sage ich dankeschön für zuschauen ich weiß nicht wie ich da jetzt hier geschnitten habe oder so werden ja genug part seien von daher dankeschön fürs zuschauen bisher und wir sehen uns beim nächsten mal wenn man ja hoffentlich durchkommen